So, da wären wir wieder und ich wollte mal gucken, was passiert, wenn man den Stock mit den Nester kombiniert. Ach, Honeds Nest. Gar nichts. Ah, okay. Dann will ich auch nicht weiter damit rumprobieren. Obwohl, ich wollte den ja eigentlich zerstören, aber hatte keine Lust im Nahkampf drauf einzuschlagen. Also probieren wir einfach mal diese Feuerball-Armbrust aus. Hm, keine Veränderung. Nö, macht nichts. Na gut, war ein Versuch wert. So, wo sind wir jetzt? Da ist eine Nische. Wie, da ist eine Nische. Ach, Honeds Nest. Hm, okay, die Nester werden wohl als Nischen angezeigt auf der Karte. Na gut. Dann haben wir da auch noch ein Nest. So, da müssen wir noch lang gucken und dann müssen wir entweder in die Minen oder... in den Sumpf. Ein Ebenholzstab. Was machst denn du? Dieser Gegenstand kann nicht als Ausrüstung benutzt werden. Ähm, okay. Ein paar Dietriche können wir mal hier lassen. Grüner Totenschädel. Oh, sieht doch praktisch aus. Smaragd-Klinge, hm. Also 21 haben wir jetzt. 23 haben wir jetzt. Und wir müssen echt wirklich unbedingt mal zu einem Händler. Was haben wir hier noch? Dolch, Stilett. Abgenutzter Dolch. Der dürfte weniger wert sein als den Streitkolben. So. Also wenn wir irgendwann später einen Händler finden, können wir ja noch einmal die Gegend hier abgrasen nach Sachen, die wir auf den Boden geschmissen haben. Und ja, ich bin bei sowas pingelig. Ich verschwende ungerne Geld. Ux. Ah, geht definitiv schneller. So, Sumpf. Hm. Na gut, wo wir schon mal hier sind. Können wir mal gucken, was die Wache dazu sagen hat. Also scheint es hier sicher zu sein vor der Armee des Bösen. Das ist doch schon mal gut. Das wiederum war nicht gut. Ähm. Laden. So viel dazu. Aber ja, daran erinnere ich mich auch noch von früher. Diese Sumpflöcher. Also, jetzt erinnere ich mich wieder dran. So, den Stab nehmen wir nochmal mit. Die Dietriche bleiben hier. Der Schädel kommt. Ähm, 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 ähm. Falscher Dolch, falscher Dolch, richtiger Dolch. Die Klinge benutzen wir gleich. Und ähm, 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 ähm. Ein stinknormaler Streitkumpel, der kann auch hier bleiben. So. Jetzt geht es wieder in den Sumpf. Und ich hoffe einfach mal, dass wir gleich den Eiszauber schon auf einer hochgenügenden Stufe sprechen können, um den Boden einzufrieren. Denn so kam man über die Sumpflöcher hinweg. So, wo war das Ding? Hier nicht. Hier nicht. Da. Einfrieren. Stufe 3. Und das sieht gut aus. Also, solange der Bildschirm jetzt so bläulich ist, dürften wir über jedes Sumpfloch rüberkrabbeln können. Du bist komisch. Kriegst du auch gut Schaden durch Frost? Gucken wir mal. Nur eine kleine bis mittlere Animation von Blut. Stromschlag. Ah, das ist schon mal gleich groß. Dafür haben wir auch fast keinen Mana mehr. Ups. Ja, das ist hier im Dschungel, äh, hier im Sumpf ein bisschen nervig. Da man halt recht viel Mana immer verbrauchen muss, um über die Sumpflöcher rüber zu kommen. Hat man nicht mehr das Mana, das man braucht, um die Gegner schon umzubringen. Ah, was soll's. Stipp, stipp. Das sind hier alles Krieger und Kaunerlevel. Das ist schon okay. So. Jetzt schlafen. Sehr schön. Ich gehe aber davon aus, wenn man in den ersten Sekunden nicht geweckt wird, dann kann man auch durchschlafen. Da kommen wir her, da können wir noch lang. Gucken wir erstmal hier lang. Und dabei gehe ich schön langsam, dass ich nicht aus Versehen wieder in sowas da reinlaufe. Und diese kleinen, komischen Wesen, die hier wohnen, scheinen wohl recht rabiat zu sein, wenn sie so viele Orks umbringen können. Oh, was haben wir denn da? Ein Schild. Äh, einfrieren. Zwei. Gucken, wie lange das hält. Zitzi. Zwergenrundschild. Ja, ich drücke immer rechte Maus, das ist falsch. So. Wir sind bei 45. Oh, zwei mehr. Das ist nicht so viel. Aber das Schild können wir bestimmt auch noch irgendwo verkaufen. Wenn ich mir sicher wäre, dass die Gegenstände liegen bleiben, dann würde ich alle Sachen einfach bei der Barriere deponieren. Weil da werden wir auf jeden Fall noch vorbeikommen. Ich glaube, ich mache das trotzdem. Denn wenn wir hier im Sumpf weiter Sachen aufsammeln und den Ohr beschmieden später auch, dann werden wir durchgehend ein absolut volles Inventar haben, wenn ich wirklich alles mitnehme. Also dümpeln wir noch ein bisschen hier im Sumpf rum. Und dann vor Ende der Folge husche ich nochmal kurz zu der Barriere im oberen Opinwald und schmeiße alle Sachen auf den Boden, die ich eigentlich verkaufen wollen würde. Und wenn sie weg sind, sind sie halt weg. Ich kann mich nicht... Ja, das ist bestimmt eklig hier mit Sandalen. Also ja, und wenn die Sachen dann weg sind, dann sind sie halt weg. Ich denke nicht, dass wir so sehr auf das Silber angewiesen sind, um das Spiel zu beenden. Aber es ist trotzdem immer ganz praktisch, ein bisschen was überzuhaben. Wie in fast jedem Spiel auch. Also man kann viele Spiele durchspielen, ohne großartig Handel zu betreiben. Aber wenn dann mal ein bisschen heftigere Gegner kommen, dann ist es schon ganz schick, ein paar mehr Heildränke zu haben oder irgendwelche anderen magischen Ressourcen. Stromschlag. Und ja, ich bin mir bewusst, dass ich die ganze Zeit das Schild in der Hand habe. Das wollte ich eigentlich gleich auch noch mitnehmen. Na komm. Ah, das sind aber auch so eine Säuregegner, oder? Kommt mir das dann so vor? Nicht, dass gleich wieder eine Rüstung von uns kaputt geht. Na komm, stirb. Ich will nicht heilen. Ah, na gut, stirb. So, und jetzt... Sumpfgas. Okay. Und jetzt so schnell wie möglich, ohne dabei in Sumpflöcher zu fallen, wieder raus hier. Eins haben wir auf jeden Fall noch beim Eingang. Und der Eingang wird da lang. Hier rum. Da vorne ist es schon. So, einen noch nach vorne. Einfrieren, Stufe 2. Hält zwar nicht lang, aber es hält lang genug, um darüber zu wischen. Stosias Barriere war jetzt einfach nur links an der Wand lang. Okay, aber vorher schlafen wir noch ein bisschen. Nur für den Fall, dass wir von einer Horde, Skelette und Hornissen überrannt werden. So. Nicht wegschmeißen. Schön mitnehmen. Aber ja, es scheint alles auf dem Boden liegen zu bleiben. Also das Hemd, was wir hier hingeworfen haben, letzte oder vorletzte Folge, ist ja auch noch da. Das heißt, die Gegenstände überleben, in Anführungszeichen, wenn man abspeichert, neu lädt, Spiel neu startet und so weiter. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Hier müsste jetzt gleich die Barriere sein. So, das kann hier, das kann hier, das kann hier, das Schwert auch. Alles an Waffen und Rüstung, das nicht irgendwie besonders aussieht. Also das grüne Schwert würde ich jetzt nicht wegschmeißen, weil es halt besonders aussieht. Aber diese ganzen Sicheln und Lederrüstung und Säbel, das kann alles weg. Der Ebenholzstab nicht. Das ist keine Waffe. Langschwert, Streitkolben. Die Schuhe können auch hier bleiben. Das auch. Oh ja, wir haben gleich richtig viel Platz im Inventar. Den Hammer nehme ich mal weiterhin mit. Nur für den Fall, dass wir wieder so eine bröckelige Mauer haben, wie in der Höhle vom Draakel. Das kann auch noch weg. Das auch noch. So. Sieht auch gleich viel besser aus. Zertiere ich da nochmal ein bisschen, wo wir gerade dabei sind. Weil das die ganzen Heilsachen auf dem Haufen sind. Wobei wir da auch nicht mehr allzu viel haben. Dann die ganzen Bienenschwärme. Chup, chup. Da ist noch einer. Den Schädel packen wir daneben. Ja, das sieht doch gut aus. So, jetzt wieder rechts an der Wand lang. Zurück zum Sumpf. Das ist nämlich ein bisschen an Zack Mac Cracken, die Musik. Also wenn man das Spiel durchgespielt hat. Das war das erste Mal als Kind, dass ich ein annähernd Techno-Lied gehört habe. Also Ende der 80er, wenn es da schon sowas wie Techno gab. Also die Ursprünge von Elektro dann wohl eher. Aber na gut, ich schweife ab. Wo ist der Sumpf da? So. Jetzt speichere ich mal kurz ab. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dennne.